Schnell ist dieses Jahr vergangen, Weihnachten ist wieder da. Ich bin so froh, euch zu empfragen, wir sind uns nur wieder nah. Freut euch auf die nächsten Stunden, die gemeinsam wir verbringen. Meine Gäste warten schon, möchten für euch tanzen, singen. Öffnet eure Herzen bald in der schönen Weihnachtszeit. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020